Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von der Daily Shop News vom 18.09.2019 Hey Leute, Apple Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir eine neue Hintergrundmusik, eine neue Lobby Music. Dann fangen wir einfach mal an, hier haben wir nach wie vor die Räscherin, die war ja gestern bereits im Shop gewesen und den Kettenspalter, gucken wir doch einfach mal, wie sich die Noten entwickelt haben. Wir haben hier beim Payback eine Benotung von 3,78 von 5 bei 9 Votes. Und wir haben bei dem Chained Cleaver eine Benotung von 3 von 5 bei 6 Votes. So, dann geht es hier weiter, dann haben wir hier die Taktik Schläger, das sind die Tag Bats. Die Tag Bats kriegen von mir, eine Benotung von 7 von 10. Da haben wir ein Voting von 4,6 von 5 bei 5 Votes. Zum 13. August 2019 soll es mal drin gewesen, zweimal, sieben Reminders, letztes Mal im Shop vor 26 Tagen. Einsatzmuster, das Revit finde ich persönlich auch nicht wirklich so toll. So, das war jetzt Modell wechseln, Modell wechseln, geht 5 von 10 für das Einsatzmuster. Da haben wir ein Voting von 2,69 von 5 bei 13 Votes am 21. März 2019 soll es mal drin gewesen, sechs Mal seit dem 5 Reminders, auch vor 36 Tagen das erste Mal im Shop gewesen. Dann haben wir hier den Waypoint, die Einsatzleiterin, da haben wir hier auch ein paar unterschiedliche Styles jetzt hier. So, finde ich persönlich ganz nice, eigentlich kriegt von mir 7 von 10. Das Backpack ist ein reaktives Backpack. Okay, ändert die Farbeabhänge vom Schaden, den du an Gegnern verursacht. So, dann gucken wir mal, das ist der Waypoint, hat hier ein Voting von 4,51 von 5 bei 73 Votes am 8. Dezember 2018. Wir sind zehnmal seit dem 148 Reminders. Dann sind wir hier bei dem Bravo Team Anführer, den gibt es auch in verschiedenen Styles. Gucken wir mal, so hier, so hier, ja, kriegt von mir auch 7 von 10. Hat hier hinten auch so ein Tiles, auch reaktiv, ändert auch dann die Farbe wegen dem Schaden. So, der Waypoint, beziehungsweise der Bravo Team Leader. Schauen wir mal da, wie da die Noten aussehen. Oh, komisch, dass die komplett anders sind. 2,77 von 5 bei 13 Votes am 13. August 2019 ist das erstmal drin gewesen. Sex Reminders zweimal. So, sorry. Also, dann sind wir hier mit dem Set auch soweit durch. Dann sind wir bei dem Unterdrücker. Gibt es auch in verschiedenen Styles hier. Führende, sieht mega krank aus. Kriegt von mir, alleine auch das hier, sieht schon ziemlich cool aus. Das Teil kriegt von mir 9 von 10. Der Oppressor, der hat hier ein Voting von 3,48 von 5 bei 29 Votes am 18. August 2019 ist das erstmal drin gewesen. Dreimal, 25 Reminders, letztes Mal im Schub vor 30 Tagen. Und dann haben wir hier noch, genau, die Plasma Klinge. Gibt es hier in diesen zwei verschiedenen Styles. Finde ich, sieht mega geil aus, das Teil. Die Plasma Klinge für 800 V-Bucks. Gibt von mir 10 von 10. Hat hier ein Voting von 4,13 von 5 bei 15 Votes am 18. August 2019 ist das erstmal drin gewesen. Dreimal, vier Reminders. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich auch ein Gameplay von beiden. Also, vom Oppressor mit der Plasma Klinge. Wenn, dann müsste das oben jetzt in der rechten Ecke verlinkt sein. Fangen wir mal an mit dem MC Waffle. Der MC Waffle, ich finde den schrecklich, den Lil Whip für 15 V-Bucks. Da habe ich im ersten Moment gedacht, ich bin irgendwie beim Playmobil gelandet. Jo, kriegt von mir, ich finde den ganz grausam, kriegt von mir 2 von 10. Lil Whip hat hier ein Voting von 2,69 von 5 bei 7,6 Votes am 17. Februar 2019 ist das erstmal drin gewesen. 9x, 34 Spiele meines, das letzte Mal im Shop vor 29 Tagen. Die Fitnessrunde. Bam, bam, bam. Den von mir 7 von 10. Workit hat ein Voting von 3,67 von 5 bei 27 Votes am 13. August 2018. Sonst mal drin gewesen. 10x, 79 Spiele meines in meinem Shop vor 2 Wochen. 14 Tagen. Dann haben wir diese Biest Schützin. Da ich kein Fan von M-Biest bin, kriegt die von mir 6 von 10 für 800 V-Bucks. Brutgunner hat hier ein Voting von 4,43 von 5 bei 48 Votes am 2. August 2019 ist das erstmal drin gewesen. 2x, 40 Reminders. Das ist jetzt mal im Shop vor 46 Tagen. So, jetzt ist mal wieder Zeit für eine Runde Steinschere, Papier. Ich sage jetzt, machen wir mal Best of 3. Ich sage Schere. Schere. Okay, 0,0. Ich sage Schere. Ich sage nochmal Schere. Jawohl, 1,0 für mich. Ich sage Papier. 1,0. Jawohl, 2,0. Damit habe ich gewonnen. Gegen Stein, Schere, Papier. Finde ich mega cool. Kriegt von mir 10 von 10. Rock, Scissor. Rock, Paper, Scissor. Das hat hier ein Voting von 4,15 von 5 bei 13 Votes am 4. April 2018 ist das erstmal drin gewesen. 12x, 40 Reminders. Jetzt mal im Shop vor 23 Tagen. Hammer cool. Da haben wir eine Elektroschuffle. Megageil. 10 von 10. Und der Elektroschuffle hat hier ein Voting von 4,15 von 5 bei 51 Votes am 14. Dezember 2017 ist das erstmal drin gewesen. 43 x 93, wie meinen das. Jo, und dann sind wir hier bei unserer Musik. Die hören wir uns jetzt einfach mal an. Wiggle, 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 Wiggle. Wiggle, 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 Wiggle. Wiggle, 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 Wiggle. Oh yeah, oh yeah Shoo-be-do-be-do-be-do Mega cool, abspielen und loswackeln Wiggle, 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 Wiggle Als Fan von dem Wiggle Emote Muss ich eigentlich dem Ding hier 10 von 10 geben Kommt da noch was? Jetzt sind wir wieder am Anfang 5 von 5 bei einem Boot Ja Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat Dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben Schreibt was in die Kommentare Nein, stopp, ich muss doch wieder mal Die Benotung abgeben Ja, lass uns doch mal überlegen Wie könnte meine Note ausfallen So, ich gehe jetzt mal hier Also wir haben einmal die Rächerin Die finde ich ganz schlecht Waypoint ist mega geil Das ist mega geil Hier neue Musik geil Elektroschaffel geil Fitnessrunde gut Schere, Steinpapier geil Kann man eigentlich nur ein Love-It geben Also für mich absolutes Love-It Aber jetzt 642 Love-It 27 jetzt mehr 1518 Hades Wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben Da schreibt was in die Kommentare Aber nicht den Kanal Und schreibt es nächstes Mal wieder ein Wenn es wieder heißt For the Daily Shop Mit mir immer gleich Schaut rein Macht's gut Bis dann Und tschüss los vor